Hallo Kinder, heute gibt es von mir einen Zaubertrick. Ich werde versuchen, dieses 2-Cent-Stück in diese Flasche zu zaubern. Dazu ist es ganz wichtig, dass man den passenden Zauberspruch kann. Ich habe in einem alten Zauberbuch einen Zauberspruch gefunden, der nennt sich Hocus Pocus Fidibus und den probieren wir jetzt gleich mal aus. Münze, Flasche. Hocus Pocus Fidibus. Oh, ich glaube es hat funktioniert. Die Münze scheint in der Flasche zu sein. Tatsache, es hat geklappt. Super. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne auch mal probieren. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.